Herzlich Willkommen zu einem neuen Spacular Übersichtsvideo. Spacular für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Spiel, an dem ich nun schon seit einiger Zeit arbeite. Ich habe mittlerweile vier bis fünf Jahre oder so und ich möchte einfach mal zeigen, wie so der aktuelle Stand ist. Das ist das zweite Übersichtsvideo, das letzte ist schon über ein Jahr her tatsächlich und ich werde auch mal versuchen, dass ich das vielleicht so ungefähr einmal pro Jahr mache. Wir werden uns einfach mal so den gesamten Stand hier anschauen. Fangen wir einfach mal an hier im Hauptmenü. Da hat sich nun wirklich nicht viel getan. Das ist eigentlich recht klassisch, wie man das auch erwarten würde. Das heißt, wir können ein neues Spiel starten, wir können ein vorhandenes Spiel laden und es gibt natürlich auch den Multiplayer und ich würde sagen, diesmal machen wir tatsächlich mal eine Multiplayer-Session, weil ich das auch im letzten Übersichtsvideo nicht gezeigt hatte. Es gibt auch so ein Replay-Feature, das heißt, wenn man ein Spiel quasi gespielt hat, kann man theoretisch das Ganze nochmal abspielen lassen. Das heißt, die Events werden im Endeffekt gespeichert und dann nochmal abgespielt und in den Settings, die sind eigentlich relativ langweilig, da kann man nur die Sprache umstellen, also man könnte die auch auf Deutsch stellen. Ich lasse es mal noch kurz auf Englisch für den Moment und dann würde ich sagen, Startwerfen mal rein. Wenn ich auf Multiplayer drücke, können wir entsprechend hier entweder in einem vorhandenen Spiel joinen, wir können eins hosten oder entsprechend ein gespeichertes Spiel hosten. Ich gehe jetzt hier auch mal auf ein neues Spiel, können wir Import und Passwort angeben und dann sind wir hier drin. Dieses Menü hier ist noch ein bisschen langweilig, da passiert jetzt noch nicht so viel. Die Idee ist, dass man hier später mehrere Fraktionen erstellen kann, aber das kann man auch jetzt schon machen und den dann entsprechend noch irgendwelche Farben auswählen kann. Und ich werde jetzt einfach mal mit meinem Laptop noch zusätzlich hier joinen. Da sieht man jetzt hier, dass jetzt hier ein weiterer Spieler namens Laptop entsprechend gejoint ist und den könnte ich jetzt entweder hier in diese Fraktion hier packen, da sieht man auch, dass der jetzt rot ist. Unten ist natürlich auch so ein Chat, den kann man auch verwenden. Ich schreibe jetzt hier mal Hallo vom Laptop aus und dann, das hat er noch nicht abgeschickt. Jetzt. Und ja, genau, das funktioniert also tatsächlich auch. Man sieht auch, dass dann hier der Chat entsprechend in der richtigen Farbe ist, wobei meine Farbe hier mit dem Blau und der Hintergrund, das ist nicht so ganz praktisch, das kann man schlecht lesen. Aber grundsätzlich funktioniert das auf jeden Fall. Ich kann aber zum Beispiel hier den Laptop auch wieder da rauslöschen. Okay, in der Theorie, in der Praxis scheint das nicht zu gehen. Oder zumindest kann ich die Fraktion entfernen. Und ich habe hier schon als Laptop auf Ready gedrückt, das mache ich gerade nochmal weg. Aber wir können den zum Beispiel auch hier in dieselbe Fraktion einfügen. Das wäre also so eine Art Koop-Spielmodus. Und das werde ich jetzt hier tatsächlich auch einfach mal machen. Und dann drücke ich hier mal jeweils auf Ready und dann können wir auch tatsächlich ins Spiel rein starten, weil das Menü die ganze Zeit anzuschauen ist natürlich auch nicht so interessant. Und dann sind wir tatsächlich auch schon auf unserem Planeten gelandet. Das hier ist entsprechend ein, ja der Startplanet wird das werden. Das ist immer so ein roter Sandplanet, wie ich die nenne, oder Mars-ähnliche Planeten. Das heißt, wir haben eben so roten Sand als Untergrund. Man sieht entsprechend auch, dass wir hier eben so verschiedene Erhöhungen haben. Man kann jetzt zum Beispiel mit so einem Astronauten dann auch hier rüberlaufen. Und da sehe ich doch gerade so ein paar... Okay, das ist lustig. Das sind mal wieder Vorführeffekte. Normalerweise funktionierte das etwas besser. Ich teste mal, was passiert, wenn ich auf dem Laptop den hier rumlaufen lasse. Okay, da haben wir jetzt tatsächlich... Aus irgendeinem Grund ist das hier so ein bisschen verschoben. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist wirklich das erste Mal, dass das passiert. Okay, wir haben hier irgendwie so einen Tick-Delay. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ja, offensichtlich haben wir direkt einen Bug gefunden. Das ist interessant. Das muss ich also tatsächlich noch mal schauen, dass ich den noch irgendwie gedebuckt bekommen. Ja, grundsätzlich aber kann man tatsächlich auch hier als Laptop entsprechend Astronaut drumlaufen lassen. Und das wird dann theoretisch auch tatsächlich synchronisiert. Praktisch sieht man aber, dass es da im Moment wohl ein paar Problemchen gibt. Naja, vielleicht gehe ich deswegen tatsächlich mal hier nochmal raus. Wir starten das mal im Singleplayer, damit ich hier die restlichen Features zeigen kann. Das verschönt dann wahrscheinlich kein Riesen-Bug tatsächlich auf dem Multiplayer. Der funktioniert nämlich sonst eigentlich auch immer ganz gut. Da muss ich aber nochmal reinschauen. Das bleibt nicht aus. Und statt es jetzt rauszukatten, lasse ich das einfach mal drin, damit ihr seht, das Spiel ist natürlich auch noch in der Entwicklung. Logischerweise. Dementsprechend ist es natürlich normal, dass irgendwelche Bugs passieren. Ja, so sollte es natürlich eigentlich aussehen. Gut, wir haben also hier diese Astronauten, die auf diesem Planeten herumlaufen. Hier haben wir tatsächlich auch schon ein Wasserfeld. Da sieht man, ein Astronaut ist auch auf dem Wasser gespawnt. Das soll so natürlich später nicht passieren. Den können wir, glaube ich, auch gar nicht bewegen, weil der eben keinen Pfad findet von dem Wasser aus. Genau, das heißt, dann läuft die einfach gar nicht. Genau, aber wir können hier entsprechend so ein bisschen den Planeten erkunden. Die haben alle so eine gewisse Größe. Vielleicht zeige ich gleich auch nochmal mit einem Debug-Command, wie groß der tatsächlich ist. Was wir aber bauen können, im Endeffekt ist das Ganze hier ein Aufbau-Strategiespiel. Das heißt, wir können hier beispielsweise so einen Drill bauen. Mit diesem Drill können wir eben Dinge aus der Erde ziehen. Das heißt, hier gibt es verschiedene Rezepte, die kann man hier auswählen. Wir können beispielsweise hier jetzt Basaltpulver fördern. Wir könnten auch tatsächlich Sand fördern. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem Basaltpulver. Und da müssen wir hier so ein Output bauen. So ein Output-Belt. Und da wird das entsprechend geliefert, sobald wir Strom haben. Wir haben hier oben eine Gesamtenergieproduktion von 250. Das liegt einfach an diesem komischen Ding hier. Das soll die Startrakete sein. Die hat noch keine richtige Grafik. Generell, Grafiken sind viele noch nicht so ganz fertig. Das werdet ihr noch sehen. Und ja, bauen wir mal so eine Substation. Denn im Endeffekt ist es so, wir haben so eine globale Energieversorgung auf dem Planeten. Und wenn wir das aber an die Gebäude liefern wollen, dann braucht man dafür immer eine Substation, die quasi die Hochspannung runter transferiert. Und hier müssen wir eben sagen, Add Building. Und dann klicken wir das an. Und dann wird hier jetzt entsprechend produziert. Die roten Punkte hier, falls du dich wunderst, das ist auch für mich gerade nur eine Debug-Ansicht. Die sagt, ob dieses Fließband dann irgendwas verbunden ist oder nicht. Wenn es rot ist, ist es logischerweise an nichts verbunden. Wir können jetzt diese Basaltplatten tatsächlich weiterverarbeiten. Dazu brauche ich hier mal so einen Assembler. Und können hier zum Beispiel jetzt dieses Rezept auswählen, was Basaltplatten aus Basaltpulver herstellt. Der braucht dann entsprechend einen Input. Den setze ich mal hier hinten hin. Und einen Output. Den setze ich mal hier hin. Man kann sich auch drehen. Das ist aktuell in so einem Rechtsklick-Menü. Das heißt, wenn ich jetzt hier rechtsklick mache, dann kommt hier so ein Auswahlrad, was wunderschön aussieht. Und dann kann ich aber hier mich relativ angenehm tatsächlich hin und her bewegen. Und so können wir den Belt hier besser sehen. Bauen wir den mal. Und hier ist dann entsprechend der Output. Und dann müssen wir hier noch das Rezept auswählen. Ne, das sollte eigentlich passen. Die Energie brauchen wir noch. Also auch hier wieder das Gebäude verbunden. Und dann sollte das auch fröhlich vor sich hin produzieren. Und da sollten da entsprechend Basaltplatten rauskommen. Basaltplatten sind halt eins der Baumaterialien, die man hier hat. Im Moment habe ich einen Instant-Build-Modus aktiviert. Auch aus Debug-Zwecken. Normalerweise wäre es tatsächlich so, dass man die Gebäude erst befüllen muss mit Materialien. Vielleicht zeige ich das auch mal ganz kurz. Da muss ich, glaube ich, hier Instant-Build... Genau. Einfach angeben. Dann haben wir das hier ausgeschalten. Wenn ich jetzt hier entsprechend zum Beispiel hier einen Drill baue, sieht man jetzt, dass der noch so ein bisschen transparent ist. So ganz leicht. Und man sieht auch so ein bisschen, dass es so eine leichte... Also die Transparenz hat so eine leichte Sinusschwingung drin. Weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Genau. Sieht man aber, der braucht jetzt hier entsprechend 40 Basaltplatten zum Bauen. Und da sagen wir einem Astronauten hier, der soll jetzt hier aufbauen. Der läuft jetzt da hin, schaut quasi, was für Materialien fehlen. Geht jetzt unserer Startrakete, wo entsprechend Materialien drin sind. Kann ich auch mal hier schauen. Da sind 200 Basaltplatten am Anfang drin. Und der baut das jetzt entsprechend nach und nach auf. Der kann immer 20 transportieren pro Ladung. Und jetzt stellt er sich noch hin und baut diese Gebäude auf. Das sieht man im Moment noch nicht so wirklich. Aber gleich müsste es dann entsprechend stehen, wenn alles funktioniert. Was ich jetzt einfach mal hoffe. Theoretisch kann man auch mehrere Astronauten beauftragen. Genau, jetzt hat er es gebaut. Und da haben wir also jetzt unseren Drill. Den kann man hier oben auch aktivieren und deaktivieren. Also wenn wir hier zum Beispiel hingehen und das deaktivieren, sieht man, bleibt der tatsächlich stehen und produziert einfach nichts mehr. Er braucht dann auch keinen Strom mehr. Gehe ich mal von aus. Okay, er braucht noch Strom. Das muss ich wohl noch ändern. Naja, gut. Wir haben noch einiges zu tun, wie man sieht. Das heißt, das wird auch wahrscheinlich noch weitere fünf Jahre hier dauern, bis das Ding vielleicht fertig ist. Mal sehen, mal sehen. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal Sand fördern. Einfach, dass wir mal was anderes gesehen haben. Grundsätzlich ist das aber eigentlich dieselbe Idee. Und ich glaube, das hat auch diese Missing-Texture-Grafik. Von dem her ist es eigentlich nicht so spannend. Jetzt ist es aber so, wir haben so ein inselweites oder planetenweites Lager, sollte ich eher sagen. Das Ganze ist nämlich auch beispielsweise inspiriert von Anno natürlich, aber auch Faktorio. Das sind denke ich so die beiden Hauptinspirationen dafür. Und man kann hier den Planeten sich tatsächlich ein bisschen vorstellen wie eine Anno-Insel. Deswegen manchmal kommt da ein entsprechend anderes Vokabular bei mir raus. Aber wir können hier die Logistik. Da gibt es tatsächlich hier solche Depots. Und da können wir tatsächlich dann hier irgendwo so ein Depot einbauen. Und hier können wir einen Input bauen. Und da können wir entsprechend jetzt Materialien ans Depot liefern. Das heißt, wir können einfach mal hier so zack und hier zack. Und das ist auch spannend, weil das sollte eigentlich funktionieren. Tut es aber offensichtlich nicht. Ah ja, jetzt geht's. Okay, muss ich mir merken. Ist lustig, immer in diesen Übersichtsvideos finde ich viele neue Bugs. Vielleicht sollte ich die häufiger machen. Genau, jetzt werden aber diese Materialien da reingeliefert. Man sieht es leider sehr schlecht. Und da ich hier in 4K spiele, sieht das wahrscheinlich gar nicht. Aber da ist hier gerade 43 Basalplatten drin. Und genau, wird jetzt alles hier reingeliefert. Und das Coole an diesen Depots ist, dass man jetzt entsprechend an einer anderen Stelle auch ein Depot bauen kann. Zum Beispiel hier hinten. Und hier kann ich jetzt ein Output bauen. Wenn ich auf diesen Output draufklicke, kann ich entsprechend auswählen, was da rausgeliefert werden soll. Er zeigt uns hier alle Sachen an, die da drin sind. Im Moment nur Basalplatten. Kann ich also draufdrücken. Und dann kommen hier Basalplatten raus. Das ist also sehr praktisch, wenn man irgendwie verschiedene Produktionen aufbaut, die an verschiedenen Ecken auf dem Planeten sind. Dass man entsprechend dann Materialien hin und her liefern kann. Dafür ist das Depot halt verhältnismäßig groß. Mit einer Basisgröße von 5x5. Und natürlich hat das auch noch keine Textur. Wie man, denke ich, erkennen kann. Genau, da kommen also hier unsere Missing Textures raus. Und die könnte man jetzt hier wieder irgendwo in einer weiteren Produktion weiterverarbeiten. So an Hauptproduktionen war es das eigentlich. Es gibt hier tatsächlich auch Ressourcen, die man finden kann. Das heißt, wenn man hier diesen Boden hat, da kann man entsprechend Basalt und Sand fördern. Aber es gibt auch speziellere Ressourcen, die man finden kann. Dafür muss man eben hier so ein bisschen die Karte aufdecken mit dem Astronauten. Entweder macht man es so oder man macht es wie ich. Und gibt den Befehl Reveal Server am besten an. Dann sehen wir nämlich mal die ganzen Planeten. Dann kann ich auch mal kurz die Größe hier zeigen. Das heißt, das haben wir gerade gebaut. Und so groß ist der Planet an sich. Das heißt, man sieht, man kann da auf jeden Fall schon größere Sachen aufbauen. Die Idee ist aber natürlich später, dass man auch auf andere Planeten noch expandieren muss. Erstens, weil die andere Ressourcen auch haben. Andere Ressourcentypen, auch andere Gefahren, je nachdem. Und zweitens, dass einfach der Platz dann irgendwann fehlt und man einfach mehr Platz auch braucht. Genau. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel, wenn ich mal da hinlaufe, ganz fröhlich, das soll Eisen sein. Das heißt, ich kann jetzt hier drauf auch einen Drill bauen. Weil der Drill ist so ein bisschen so ein Multifunktionstool, sag ich mal. Das heißt, ich baue den hier hin. Und ich habe natürlich den Instant Build Modus noch nicht an. Deswegen entferne ich den gerade nochmal und schalte den an. Damit das Ganze etwas besser geht. So, bauen wir den Drill hier auf. Und jetzt sieht man, wenn ich hier drauf drücke, wir können immer noch Basaltpulver und Sand fördern. Aber wir haben jetzt auch ein neues Rezept freigeschalten. Das ist eben Eisenerz. Und das können wir hier auswählen. Können hier dann entsprechend den Output bauen. Und dann würde dieses Gebäude hier tatsächlich Eisenerz schürfen. Dazu würde ich sagen, baue ich mal noch eine Substation nebendran, damit ihr auch Strom bekommt. Im Moment kann man die Substations noch beliebig weit verbinden. Also ich hätte auch die Substation hier oben verwenden können. Aber ja, das wäre glaube ich nicht so. Also das würde sich wahrscheinlich noch ändern. Ich denke mal, dass ich da einen gewissen Radius oder sowas einbauen werde. Und ja, leider hat Eisenerz auch noch keine Textur hier als Item. Und was wir noch haben, das ist hier hinten zum Beispiel, das ist einfach Kohle. Das heißt, wir können hier so ein bisschen Kohle wegbaggern. Also hier auch ein Drill hingebaut. Dann hier entsprechend Kohle ausgewählt. Und dann können wir die entsprechend auch hier irgendwo lang liefern. Dann nehmen wir jetzt auch mal die Substation von unten. Verbinde ich da oben hin. Und dann produziert er fröhlich vor sich hin. Und wir können hier ein Belt bauen. Darf ich euch auch noch ganz kurz zeigen, wie das mit den Belts aussieht. Das heißt, wir können hier... Okay, das sollte eigentlich auch... Das ist eigentlich auch nicht so praktisch hier. Ich habe eigentlich letzte Zeit einiges am Fließbandsystem geändert. und gearbeitet. Aber ein paar Dinge muss man, glaube ich, immer noch beheben. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist hier so ein Merger. Das heißt, in dem Fall kommt eben ein Belt von hier, ein Belt von hier. Und beides geht auf diesen Output sozusagen. Die Grafik hier ist natürlich auch temporär. Und der Pfeil zeigt in die falsche Richtung. Das bitte einfach mal ignorieren. Aber grundsätzlich funktioniert auf jeden Fall die Idee. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier sagen, okay, ich hätte jetzt gerne... Oh, und Kohle hat sogar schon eine Textur, wie man sieht. Sehr schön. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Weil ich hier so oft an so viel arbeite. Und dann... Machen wir das mal ganz kurz weg. So. Da kommen jetzt also hier die Items. Und das können wir jetzt mal gleich gucken. Die sollten sich dann entsprechend schön hier auf diesem einen Belt verteilen. Man kann zusätzlich neben diesem Merger, den wir gebaut haben, auch einen Splitter bauen. Da sieht man jetzt die Richtung nicht gut. Aber in dem Fall geht der jetzt entsprechend in diese Richtung, in diese Richtung und in diese Richtung. Und der sollte jetzt hier standardmäßig quasi gleich aufgeteilt werden. Das heißt, in jede Richtung gleich viel. Später ist die Idee, dass man das auch noch einstellen kann. Das heißt, man kann dann sagen, okay, ich möchte bevorzugt da in irgendeine Richtung liefern. Aber das ist tatsächlich bisher noch nicht implementiert. Und da sieht man jetzt sehr schön, wie jetzt hier die sich so ein bisschen zusammenfassen, sag ich mal. Also, gemerged werden. Genau. Und hier werden sie wiederum verteilt. Sehr, sehr schön. Genau. Das sind also die Fließbänder. Ja, ganz interessant. Die sieht man hier links rechts ist voll. Deswegen geht es jetzt quasi alles gerade durch. Wie man jetzt auch erwarten würde. Gerade hatten wir auch ein Autosave. Auch das ist implementiert tatsächlich. Und das können wir gleich mal gucken. Save ist nämlich auch so eine Sache. Das funktioniert manchmal nicht. Je nachdem, wie viel ich wieder geändert habe. Können wir gleich mal ausprobieren, ob wir die Welt hier speichern und laden können. Gibt es noch etwas Wichtiges zu zeigen? Erstmal hier. Wir haben noch die Pumpen tatsächlich. Haben auch noch keine Grafik. Kann ich aber hier auf Wasser platzieren entsprechend. Und die können dann Wasser fördern. Und dann hat man hier so einen schicken Output. Und das geht dann logischerweise nicht auf ein Fließband. Sondern geht dann entsprechend auf eine Pipe. Und diese Pipe hier kann man dann entsprechend auch bauen. Und auch da habe ich jetzt länger nicht mehr gearbeitet. Aber man kann hier zum Beispiel auch ein bisschen nach oben gehen. Was man ja auch mit den Belz machen kann. Wie man denke ich schon gesehen hat. Und kann das dann theoretisch wieder an ein weiteres Gebäude liefern. Da gibt es dann später zum Beispiel die Elektrolyse. Die habe ich jetzt aber glaube ich noch nicht drin. Das Grainfield gibt es hier. Ich weiß gar nicht, was das produziert. Produziert Nahrung aus? Ich weiß es nicht. Das gibt er hier leider noch nicht an. Was die Source ist sozusagen. Aber es sieht nach Wasser aus. Ja, da hatte ich das doch richtig im Kopf. Gut, was auch ein bisschen schwierig ist, was man hier sieht, ist, wo ist der, wenn man hier nach oben gebaut hat, wo genau ist die Pipe? Aber so geht es. Okay. Das heißt, da wäre es natürlich sinnvoll, später Stützen oder sowas noch anzuzeigen. Also man sieht, es ist auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. Und jetzt braucht er noch Energie. Aber ich weiß nicht, ob das, vielleicht klappt das auch nicht so gut. Mit dem Wasser. Oder vielleicht brauchen wir doch was anderes. Ah ne, wir haben hier noch keinen Strom logischerweise. Und da haben wir jetzt schon den Fall, das ist ja sehr schön, dass wir jetzt ein bisschen zu wenig Energie haben. Das heißt, wir haben jetzt hier etwas langsamer Produktion. Wenn wir komplett zu wenig hätten, dann, also ab irgendeinem Punkt ist es auch rot und es produziert tatsächlich gar nichts mehr. Als aktuell ist es entsprechend nur ein bisschen langsamer tatsächlich. Später ist die Idee, dass man hier die Priorität erhöhen oder niedriger machen kann. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt im Moment funktioniert. Das müsste ich nochmal anschauen. Wie gesagt, das weiß ich gerade nicht. Hier produziert er auf jeden Fall Wasser. Und ja, der hat 16 von 20 Energie. Der hat 83 von 100. Also man sieht, das wird tatsächlich dann hier auch so ein bisschen aufgesplittet, was ganz cool ist. Die haben sogar noch 30. Also ich glaube, das habe ich jetzt tatsächlich geschafft, dass die alle hier noch normal laufen. Der hier aber nicht. Weil wir haben jetzt die Priorität auf 4 gestellt. Wenn ich die Priorität auf 6 stelle. Also ich weiß nicht, ob das mit den Prioritäten schon funktioniert, weiß ich nicht. Ne, das hat glaube ich nichts gemacht. Also wenn wir hier die Priorität erhöhen. Nö, das scheint nicht zu helfen. Naja, okay. Das habe ich auch schon länger nicht mehr getestet. Von dem her, das Energiesystem ist noch nicht so ganz final. Und hier funktioniert auch irgendwie irgendwas noch nicht so ganz. Weil der produziert zwar hier, wir können auch mal aufs Rohr. Im Rohr sind tatsächlich 14 Wasser drin. Aber offensichtlich braucht er doch einen anderen Input. Naja, gut. Aber man sieht, also Rohre kann man auf jeden Fall auch bauen. Und in der Theorie funktioniert das eigentlich auch. Genau. Und da würde ich sagen, das waren eigentlich schon so die Hauptfeatures, glaube ich. Ja, ich glaube ich habe nichts Wichtiges noch vergessen. Genau, das ist also der aktuelle Stand. Wir versuchen nochmal noch das Spiel zu speichern. Tatsächlich, das hier funktioniert noch nicht. Dieser Button macht genau gar nichts. Was wir im Moment noch machen müssen, ist tatsächlich ein Command angeben. Save. Und dann sage ich hier einfach mal Overview 2. Und dann haben wir das Spiel gespeichert. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal zu laden. Ui. Oder wir stürzen ab mit einer Nullpoint Exception. Sehr spannend. Im Depot-Info-Dialog. Mhm. Interessant, interessant. Gut, dann starten wir nochmal ganz kurz. Ich starte mal nicht im Debug-Modus, sondern ja direkt im Normalen. Aber laden sollte man theoretisch trotzdem können. Sieht man, hier sind auch schon einige drin. Einige Saves. Overview 2, das hat man jetzt erstellt. Das heißt, wir gehen hier auf Load Game. Und dann kommen wir erstmal nochmal hier rein. Das heißt, man kann hier theoretisch auch Fraktionen ändern. Theoretisch hätten wir auch schon automatisch in der Fraktion drin sein sollen. Da hat auch irgendwas nicht geklappt. Lustig. Das ist der typische Vorführeffekt. Und jetzt sehen wir auch nichts. Hm. Okay. Ich würde behaupten, das hat nicht so gut funktioniert. Es gibt normalerweise irgendwie einen Button, wie ich die Planeten wechseln kann. Aber ich habe den wohl... Okay. Ich würde sagen, das Speichern hat nicht geklappt. Zumal ich mich jetzt auch gar nicht mehr bewegen kann. Okay. Das ist sehr, sehr spannend. Okay. Mit M kann ich die UI toggeln. Das sollte, glaube ich, eigentlich auch nicht passieren. Spannend. Ja. Also Vorführeffekte gibt es, wie gesagt, immer. Das gehört ja auch dazu. Nun ja. Nun ja. Aber grundsätzlich... Da können wir mal ein Autosave laden. Mal sehen, was da passiert. Ui. Okay. Das ist auch lustig. Okay. Aber der Autosave hat funktioniert. Okay. Das ist wirklich spannend. Also außer das hier unten. Das war etwas komisch. Ha. Spannend. Okay. Der Autosave funktioniert. Aber der manuelle Save hat nicht geklappt. Da müssen wir mal reinschauen. Im Autosave waren wir jetzt auch in der richtigen Fraktion drin, wie man gesehen hat. Das ist wirklich spannend. Naja, gut. Also man sieht, es gibt auch noch viel zu tun. Das heißt, ich würde natürlich gerne irgendwann mal eine spielbare Demo rausbringen. Also so eine allererste Version, so eine Pre-Alpha oder sonst irgendwas. Aber dafür muss das Spiel erst noch mal ein bisschen weiter vorankommen. Ja, also an Basisfeatures fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber man sieht, es sind halt noch viele so Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen. Und die ziehen sich halt immer extrem. Deswegen, ja, mal sehen, wann die erste Version tatsächlich für euch spielbar sein wird. Aber auch das möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ich streame eigentlich den Hauptteil der Entwicklung tatsächlich. Die Streams finden eigentlich immer donnerstags abends statt. In der Regel so ab 18 Uhr ungefähr. Es könnte sein, dass es in Zukunft ein bisschen später wird. Muss ich mal schauen. Aber sowas in dem Dreh rum oder meistens so für zwei Stunden. Das heißt, wenn jemand hier dabei sein will und schauen will, wie sich das Ganze so entwickelt, wie das aussieht. Wenn ich tatsächlich an dem Spiel arbeite und nicht nur zeige, wie das Spiel aussieht, dann kannst du sehr, sehr gerne einfach mal vorbeischauen in einem Stream. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie gesagt, da kannst du immer schauen, wie sich das Spiel so nach und nach entwickelt. Und auch sämtliche vorherigen Streams sind tatsächlich auf YouTube verfügbar. Das heißt, falls dich interessiert, wie zum Beispiel der allererste Stream aussah, wo ich mit diesem Spiel angefangen habe, wo noch keine einzige Zeile Code stand und eigentlich mehr geplant wurde, damals auch noch in einem kleinen Team, dann kannst du einfach bei mir auf YouTube vorbeischauen. Da gibt es die Playlist, da solltest du so gut wie alle Streamaufzeichnungen tatsächlich finden. Also auch da kannst du, wie gesagt, sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten an Features und so habe ich, glaube ich, alles Wichtige gezeigt. Zuletzt hatten wir hier an so Notifications gearbeitet. Die sind aber wirklich noch in der Mache. Da ist noch nicht so viel passiert. Und ja, das soll es dann für dieses kleine Übersichtsvideo, klein in Anführungszeichen, soll es das erstmal sein. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Wenn ja, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, dann freue ich mich, falls du mal im Stream vorbeischaust. Bis dahin. Ciao. Ciao.